ja servus leute und herzlich willkommen hier zu einer neuen folge ls 19 auf das sasnovka schön dass ihr mit dabei seid wir wollen direkt starten hier mit der weiteren ernte der sojabohnen das fett ist jetzt erntereif sehr schön zwar ein bisschen unkott mit drin in dem letzten stück aber das macht nicht die bohne aus so wir haben einiges zu tun wir wollen einiges machen wie immer natürlich hier 6395 euro plus an diesem tag 58.000 euro kontostand aktuell und 0 euro kredit wir haben aktuell 49 in drei stunden 30 kommt das nächste huhn das ist sehr schön eier sind keine da anscheinend aber das glaube ich nicht wir gucken jetzt aber noch mal schnell nach das ist ja kein problem das ist so schnell gemacht hier zack da sind das ist also funktionsfähig sehr schön ansonsten wie gesagt ja das passt soweit wir könnten mal langsam sauber machen wie das geht aber alles in ordnung wir fahren jetzt mit dem kippe an zweiten kippe haben wir nicht nur den zweiten kippe haben wir nicht das fett ist fertig gegrubbert zumindest fast er sinkt mir noch mal und machen hier noch mal den rest fertig von dem streifen das ist kein problem dann können wir mit dem grubber wieder auf die andere seite fahren und dann können wir da einmal weitermachen mit dem grubbern das ist ja kein problem das geht relativ zügig hier das sieht relativ schick aus relativ großes feld finde ich da haben wir eine ganze menge drauf geschafft schon auch hier sage ich mal relativ großes feld finde ich in ordnung finde ich definitiv in ordnung so so ihr boden sind fast erntereif beziehungsweise sind fast abgedroschen sehr schön damit können wir jetzt einmal zurückfahren das ist glaube ich unser hänger damit fahren wir als einmal zurück zum hof können hier drehen knapp knapp jetzt sollte es passen jetzt sollte es passen sehr schön das heißt wir fahren jetzt zurück zum hof haben wir einmal hier lang oben am shop vorbei dann können wir den traktor ich weiß jetzt nicht ob der gemietet ist sie gemietet ist nicht gemietet ist glaube ich auch von keiner mission das ist glaube ich unser eigener jetzt feld 25 feld 26 feld 25 feld 26 genau das ist unser eigener traktor den können wir einmal jetzt direkt am shop reparieren wenn wir da sowieso schon vorbeifahren den hänger gleich mit das geld nehmen wir natürlich gerne in die hand das ist ja nicht das problem auch diese werden wir neu kaufen also neu tanken werden wir machen das ist in ordnung klar müssen wir sowieso machen sonst fahren wir bald halt nicht mehr und das wäre nachteilig egal das kriegen wir hin da vorne ist die tankstelle da müssen wir einmal dann vorbeifahren und dann im shop können wir einmal den traktor den kippe reparieren das ist ja kein problem das geht relativ zügig so der dresch ist fertig das ist sehr gut wenn wir hier einmal tanken dann geht natürlich viel viel geld bei drauf aber okay 172 kraftstoff kosten das ist in ordnung ich meine wir haben so viel strobe kommen das könnten wir theoretisch verkaufen dann geht das eigentlich relativ easy da sehe ich jetzt nicht das große problem drin dass wir da irgendwas jetzt investieren müssten zumindest zeitnah in diesel produktion oder sowas das sehe ich im gegensatz zu im gegensatz zu solaris ein bisschen anders aber gut jeder sieht das anders er sieht missionen und und holz eher als suboptimal ich sehe das mit der dieselproduktion eher als suboptimal wie gesagt jeder sieht das anders und von daher wird das auch interessanter das ganze die ganze challenge jeder sieht das so wie er das sieht und ja so einmal reparieren es kostet gerade mal 500 euro ist in ordnung damit ist er aber auch wieder komplett in ordnung auch hier den hänger werden wir direkt einmal reparieren die möglichkeit haben wir und dann nutzen wir es natürlich auch reparieren einmal für 55 euro ist in ordnung dann sind die maschinen wieder komplett in ordnung und sollten keine probleme mehr darstellen klar wir haben jetzt ein bisschen geld rausgehauen knapp 700 800 euro aber naja komm ganz ehrlich so ja wir müssten weiter investieren ich will weiter in richtung felder natürlich geld verdienen das hat mir glaube ich in der letzten folge schon angesprochen und oder in den letzten folgen schon angesprochen dass wir in diese richtung gehen wollen und ich in die richtung gehen will damit wir halt geld verdienen und dann noch futter für hühner zusätzlich haben das ist auf jeden fall relativ wichtig meiner meinung nach und ja da will ich auf jeden fall gucken dass wir da auf jeden fall futter genug für die tiere haben dass wir diese versorgen können und kein zusatz futter besorgen müssten irgendwo beim händler oder so das wäre nämlich finde ich zu teuer ja wie sehr in eigenproduktion quasi gehen und ja schauen wir mal so den einen hänger werden wir wohl nicht mehr mieten oder ich weiß nicht fett 25 fett 26 sind erntereif die wollen wir da wollen wir mal gucken ich könnte mir vorstellen doch kommen wir nehmen den hängern noch mit den gemieteten den werden wir noch nutzen denn wir werden hier einmal in richtung fett 26 erstmal gehen gehe ich von aus fett 26 als erstes dann fett 25 weil fett 26 ist einfach kleiner ja fett 26 ist kleiner und der drescher passt nicht unter den beziehungsweise rauf und drescher passt nicht darunter das ist doof das heißt wir müssten das eigentlich mit dem anderen traktor machen egal oder neuen drescher holen das wäre die andere option entweder nur drescher oder kleinerer traktor naja gut schauen wir mal schauen wir mal den brauchen wir auf jeden fall fürs stroh davon müssen wir mal schauen wie wir das alles hinkriegen kriegen aber hin kriegen wir hin leute ja so dem stellen wir hier mal an der rand dann werden wir den drescher schon mal zu fett 26 verfahren fett 26 relativ klein das sollte eigentlich kein problem werden fett 26 ist darauf hafer auf fett 25 ist weizen gut machen wie gesagt erst mal fett 26 da fahren wir am besten mal hier lang dann runter an den ganzen strohballen vorbei an den ganzen strohballen vorbei an den ganzen strohballen vorbei guckt leute was das hier an strohballen ist wahnsinn ja ansonsten noch eine andere info was ist hier mit für 23 für 23 haben wir da eine mission für wenn wir direkt schon mal hier sind für 23 nein leider nicht leider nicht ne schade wäre eine coole sache gewesen gut fahren wir weiter zu fett 26 die felder unsere sind ja nicht gerade erntereif diese müssen ja erst noch wachsen und alles von daher würde ich sagen machen wir jetzt mit fett 26 weiter damit der drescher im betrieb ist rumstehende maschinen kann ich eigentlich ungern nur haben klar irgendwo ist das anders nicht möglich aber wenn es möglich ist na dann lieber maschinen in betrieb haben beiden stehen in der maschinen die kostet nur und bringt kein geld an so sehe ich das zumindest deswegen einmal jetzt zu fett 26 runterfahren fett 25 kommt danach mit 25 kommt danach ja so einmal runter nein so nicht einmal runterfahren komm gib Gas da ist fett 26 das kleine feld da das kleine feld da das kleine feld da die feldrande sind natürlich relativ riesig das ist Hammer haben wir nicht Axt wenn wir hinten starten wenn wir hinten starten ja finde sinnvoller kann der hier loslegen der hier kann denn die soja bohnen noch ins lager bringen ins silo dann auch schon mal zu fett 26 runter obwohl theoretisch braucht man einen weiteren weiteren traktor naja wie machen wir das jetzt wie machen wir das jetzt weiter ein traktor mieten oder ich glaube ist nicht sinnvoll das glaube ich nicht wirklich sinnvoll das ist glaube ich nicht wirklich sinnvoll dann müssen wir das erst mal so machen während wir dahin fahren kann der andere doch schon mal hier starten mit der mit dem grubber so dann fett statt der schon mal da müssen die mutter natürlich wieder starten die hatten wir ausgemacht ja da müssen wir einmal runter zu feld 26 jetzt damit wir den leer kriegen ja schaffen wir schon kommen bevor das auto kommt bevor das auto kommt einmal hier runter sagt so ein dreischer könnte schon relativ voll sein ich weiß es nicht wir werden jetzt gleich direkt mal einmal abtanken mitte ich vorschlagen während wir abtanken könnten wir eventuell ja das ist doof wir bräuchten eigentlich einen dritten schlepper wir bräuchten eigentlich einen dritten schlepper muss eigentlich nichts großartiges sein es muss ja nichts unbedingt großartiges sein einfach der der hier einen hänger ziehen kann wirst du und ähm relativ preiswert ist ich muss ja nichts großartiges sein erstmal wirst du so komm der ist leer sehr schön einmal drehen haben wir drei spuren schon fertig hier kriegen wir natürlich wieder neues stroh raus das ist natürlich vorteilhaft haben wir stroh ohne ende der hier ist dran das heißt wir können gerade nichts mehr tun ansonsten ansonsten die einsatz wird natürlich gleich direkt im anschluss stattfinden da müssen wir nach gucken ansonsten könnten wir hingehen und in bäume fällen bäume fällen schon mal klein sägen damit wir die ordentlich transportieren können wenn wir den baum als nächstes nehmen den baum als nächstes werden wir den hier hinschmeißen wir werden da hinschmeißen die schaufel hier auf wieder hier drin oder was ja schaufel ist hier drin nice gut ähm kettenweger raus ne ähm den grund warum ich die bäume fälle wie gesagt habe ich ja schon eigentlich erwähnt ich möchte im prinzip hier das äh so haben dass wir hier die möglichkeit haben wenn wir geld brauchen mal schnell viel geld brauchen in der vista dass wir hier in richtung holzwirtschaft gehen können und direkt am hof im prinzip einstammen nach dem anderen schnell mit harvester mieten da wisst ihr eben schnell mal durch und dann ja sowas nicht geplant sowas nicht geplant leute eben mal schnell mieten wisst ihr und einmal schnell mit dem ganzen zeug durchfahren und äh ja das sieht natürlich sehr interessant aus wenn der baum jetzt noch fast aufrecht steht aber ich denke mal wir werden hier trotzdem drankommen an den baum da gehe ich mal von aus den Ast ab und dann werden wir den hier einmal cutten geht das ja wo ging es grad ja wo ging es grad wäre das sinnvoll ne wäre glaube ich nicht sinnvoll ne dann kippt er mir hier noch aufs haus ne dann kriege ich den gar nicht mehr runter was ach ne toll suboptimal 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 Kunnen weiter hoch können wir nicht weiter hoch ne 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 der hängt einer der hängt da ok Das ist natürlich Mist. Oh Mann. Warum muss immer alles schief gehen? Warum muss immer alles schief gehen? Der ist auch unten, der Arst. Sehr schön. Dann werden wir mal die erste erstmal entfernen hier. Zack. So, der Arst kommt weg. Da sind wir wie unten. Keine Angst, wir tun es hier nicht schwer, aber bitte nicht nahe machen. Ja. Sehr schön, der Baum fällt. Wir werden hier cutten. In handelische Stücke im Prinzip. Die wir eventuell dann transportieren können. Mit dem Wagen. Mit dem Anhänger, den wir da mieten noch. Mieten wir da nochmal den Anhänger. Ist ja kein Problem. Da ist der Cut. Dann machen wir den nächsten Cut hier. Machen wir da einen Cut. Dann haben wir hier verdammt viel Holz hier. So, den Baum fähren wir auch. Der wird da hingelegt. Zack. Ich hoffe, dass der zumindest... So fällt, wie er eigentlich sollte. Nein, natürlich nicht. Fällt natürlich nicht so, wie er soll. Das ist typisch, Leute. Das ist typisch. Okay. Das ist ganz normal. Das ist ganz normal irgendwo, Leute. Ich hoffe, Solaris kennt das auch. Das, was man will, kriegt man nicht irgendwie. Solaris will ja auch, dass der Regen aufhört. Aber wird es das? Nein. Natürlich nicht. Hey, wir hatten fast noch einen Kontakt. Da müssen wir da mal eben abladen. Guckt mal, ist der schon fast fertig, Leute. Der ist doch schon fast fertig. Sehr cool. Sehr schön. Das ist fantastisch. Jetzt ist er schon fast fertig. Sehr schön. Dann können wir das Stroh aufpressen. Und direkt mit abtransportieren dann. Das geht. Das geht voll klar. Und so. 4.300 Liter Hafer. Wahnsinn. Also, wir werden jetzt gleich direkt die Einsatz starten. Aufhört 14.15. Äh, 14.19. Denn der Grube ist fertig. Dafür haben wir jetzt gerade keine Verwendung mehr. Den Gruber packen wir weg. Ach doch, da. Da haben wir noch einen Streifen. Da haben wir noch einen Streifen stehen. Den müssen wir natürlich ausgleichen. Äh, düngen müssen wir noch einmal. Das auf jeden Fall. Das ist ja auch kein Problem. Das ist ja auch kein Problem, Leute. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Klar, Bäume werden nur zwischendurch gemacht. Das habe ich auch so vor. Gruber packe ich weg. Dann nochmal die Düngung aus. Dann lasse wir nochmal hier düngen. Dann sollte das eigentlich passen. Dass wir da nochmal ordentlich was zusammenkriegen, Leute. So, wir gucken mal auf die Felder. Wie sieht es aus? Grubert, genau. Sonst muss nichts gemacht werden. Wir müssen die beiden Felder definitiv düngen. Das ist schon mal gut zu wissen. Das ist schon mal gut zu wissen. So, einmal düngen. Danach kommt die Einsaat. Da haben wir das auch schon wieder fertig. Das geht Schlag auf Schlag, Leute. Schlag auf Schlag. Und ist mega gut. So, einmal hier. Dann die nächste Spur. Direkt die nächste Spur hinterher. Dann haben wir das Feld relativ schnell durch. Wir können guten Gewissens in die Einsat starten. Danach kommt nochmal eine Düngung. Dann sollte das eigentlich passen. So. Ansonsten noch habe ich eine weitere Info für dich. Äh, finde ich. Ja, finde ich auch Solaris. Nee, für euch insgesamt. Ich habe ein neues Add-on mit reingenommen. Und zwar das kostenlose Strohbergungs-Add-on. Ich glaube, ich weiß nicht, ob das für Solaris interessant wäre. Für mich auf jeden Fall. Äh, wir gucken mal, wie sich das bewirkt. Das wollte ich zumindest noch in dieser Folge mal ansprechen. Ähm. Wir könnten hier nämlich Pellets wahrscheinlich verkaufen. Pellets. Stroh Pellets. Genau. Stroh Pellets. Gartencenter 535 Euro pro 1000 Liter. Das ist natürlich einiges. Heu Pellets gibt es. Denn wir haben jetzt hier die Maschinen bezüglich Strohbergung. Und da sind die hier mit Ballentechnik drin. Die sind hier mit drin. Da. Ballenauflöse 31.000. Das ist natürlich verdammt teuer. Aber brauchen wir nicht. Theoretisch. Prämors. Das ist die. Ballenauflöse 31.000. Ballenauflöse 31.000. Das ist die, die drei Ballen auf einmal sammelt und ausspuckt. Das ist auch nicht schlimm. Bigback. Macht die. Automatisch Ballenauflöse 31.000. Ballenauflöse 31.000. Ballenauflöse 31.000. Welcher macht hier? Die. Ballenauflöse. Die macht das. Die macht das. Die braucht aber auch 350 PS. Zur Miete. Kostet die 16.000. Das ist natürlich relativ teuer. Das ist natürlich relativ teuer. Aber das kriegen wir auch hin. Jetzt kriegen wir auch noch irgendwann hin. Von daher, da möchte ich mal wenig Sorgen. Wie immer. Wisst ihr hier. Wir werden jetzt als nächstes. Hier fällt 19 einmal düngen. 19 einmal düngen, Leute. Dann können wir in der nächsten Folge in die Einsatz starten, dass wir das fertig kriegen. Aber das sieht relativ gut aus. Vor allem die Bäume wachsen auch hier. Das ist auch fantastisch. Ich finde es schön, dass die Bäume wachsen. Umso besser für uns. Hier die Baumstümpfe müssen wir noch entfernen, alle. Dafür werden wir uns die Baumstümpffräse einmal leihen. Das ist aber auch relativ Nebensache erstmal. Wichtig ist erstmal, dass wir hier Fichten stehen haben, dass wir dann, wenn wir Geld brauchen, ordentlich, dass wir dann schnell mal eben quälen können mit Harvester, den wir uns auch noch definitiv zulegen. Das ist garantiert. Das will ich auf jeden Fall machen. Weil ich finde, Forst bringt eigentlich relativ viel Kohle im Gegensatz zu Solaris. Solaris hat eine andere Auffassung. Das ist in Ordnung. Kein Problem, jeder kann es so sehen, wie er will. Aber ich will ja hier die Challenge auch gewinnen. Ist ja logisch. Und ich finde, Forst ist dadurch ein wichtiger Bestandteil natürlich. Wie gesagt, die Solaris macht, sage ich mal, nichts gegen die Solaris. Aber ganz ehrlich, Windrad, ja, ist schön und gut, bringt ständig Einkommen. Ich glaube, 800 Euro am Tag oder so hattest du gesagt. Aber bis das Geld wieder drin ist, das dauert natürlich. Das dauert natürlich. Ich weiß nicht, ob das wirklich so optimal ist. Ich habe natürlich auch hier was drin an Sachen. Diverses hätte ich hier auch. Du hast drin. Diverses. Pellet verkauft ist hier drin. Hier kann ich direkt Pellets verkaufen. Cool. Elektro-Ladestationen. Ne, hier ist das nicht mit drin. Tierhaltung. Ne, ist klar. Ist das auch nicht drin. Dekorationen. Auch nicht. Da hatte ich das nicht mit reingenommen. Die Mods. Ne, hatte ich nicht mit reingenommen. Oh. Okay, habe ich vergessen. Habe ich vergessen. Egal. So, müsste das komplett gedüngt sein. Müsste das komplett gedüngt sein. Können wir in der nächsten Folge mit der Einsatz, wie gesagt, starten. Hier hängen wir wieder einen Baum fest. Deswegen will ich die Bäume hier eigentlich schon gerne weg haben. Aber gut, das ist eine andere Sache. Das ist wieder eine andere Sache. So, hier sieht man relativ wenig, wo man fährt. Ah, da ist das. Okay. Ja, Nacht ist nicht gerade vorteilhaft, klar. Aber gut, wir müssen da durch. 251 Euro Lohnzahlungen. Naja, geht. Geht irgendwo. 20 Uhr. Vorsprung wäre natürlich jetzt nicht die optimale Lösung. Wenn wir den Einsatz noch nicht drin haben. Die Einsatz würde ich schon gerne erst mal drin haben, aber gut. Hier müssen wir wohl doch noch in der Nacht arbeiten. Eieieiei. Ist ein Problem, dann seht ihr auf YouTube halt ein bisschen weniger, aber gut. Ist halt so. Den stellen wir direkt hier hin. Dann können wir in der nächsten Folge direkt mit der Einsatz starten. Und die Sämaschine ran. Die müsste hier vorne direkt drin stehen. Passt auf, ich versuche mal was. Ich versuche mal was. Ich versuche mal hier so gegen den Baum. Versuch dir mal irgendwie hier zurecht zu rücken. Ich versuche mal hier 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 zu rücken. da durch und fällt. Das sieht gut aus. Ah, fast. Traktor wird zu einer Forstmaschine umgearbeitet. Schon nicht schlecht, ne? Traktor wird zu einer Forstmaschine umgearbeitet. Baumschieber. Gut, schauen wir mal. Der hängt da oben fest. Dann müssen wir gleich mal sägen. Aber gut, das ist glaube ich jetzt nicht mehr das große Problem. Eine Forstmaschine schnappen und dann geht es in der nächsten Folge los mit der einen Saat. Raps hat mir gesagt. Oder machen wir erst Weizen? Machen wir erst Weizen. Weizen auf Feld 14 und dann Raps auf Feld 19. Hier die Bäume wachsen. Sehr schön. Ich hoffe, die wachsen auch ein bisschen schneller. Das wäre vorteilhaft. Wir gucken mal schnell noch, wie weit der Helfer ist. Alter, ich werde die... Verdammt viel zu tun. Verdammt viel zu tun. Sollen wir schon mal starten? Komm, wir starten schon mal hier. Starten schon mal. Der ist fertig. Sehr schön. Dann machen wir mal Licht an. Damit wir auch sehen, wo der... Ist der Kerl. Das müsste... Auf der anderen Seite sein, da. Da ist er. Die können wir einmal abladen. Dann können wir in der nächsten Folge hier mit der Beinpresse mal hin. Und das Stroh einsammeln. Preiswerten Traktor. Einfach zum Ziehen der Hänger, wisst ihr? Wie wäre es mit dem Hörlimann? Wir haben doch den Hörlimann hier als Mod. Äh, als Dings. Nee, Viert. Viert, ne? Ja. Armatrick. Der Armatrick ist gar nicht mehr so schlecht. 110 PS, ne? Äh... Wo ist er? Wo ist er? Ist er hier? Und der Kompakttraktor. Ja, hier. Armatrick. 92.000, 4.000 Euro, 4.600, 2.90 Euro Mietkosten, Leasenkosten. Braw 34, участ Ministerstunde. Ah. Ich glaube nicht, dass das lohnt. wir müssten den menschen kaufen da würde sich der er lohnen bürger hätte 100 ps obwohl ich habe eine idee ich habe eine idee leute wir sehen uns in der nächsten folge wir mal gucken ob diese idee was wäre den hier werden wir einmal rausschmeißen danke fürs arbeiten hier auf meinem hof wir sehen uns in der nächsten folge wieder von daher wir sehen uns bis dahin servus und tschüss so 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 so